In Istanbul schickte eine Möwe sich an, einen Spaziergang über einer Autobahn zu tätigen. Die Möwe pennt, ein Auto bremst, die Möwe fliegt davon und denkt vielleicht noch meins, 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 meins? Meine Güte, acht Autos auf einen Streich. Es ließe sich darüber spekulieren, ob die Möwe ein Motiv für ihren Spaziergang hatte. Der Fahrer in dem weißen Auto war ganz offensichtlich ein echter Tierfreund, der hoffentlich so glimpflich wie möglich aus dieser denkwürdigen Möwengeschichte herauskommt.